Schön, dass du hier bist und dir Zeit für dich nimmst. In der heutigen Meditation konzentrieren wir uns auf unsere Atmung. Unser Atem ist der Anker, um in das Hier und Jetzt zu kommen. Wenn wir präsent sind, erfahren wir Ruhe, Entspannung und Gelassenheit. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Meditation. Nimm zu Beginn eine bequeme Meditationshaltung ein. Und wenn du soweit bist, dann schließe deine Augen. Nimm drei tiefe Atemzüge. Atme tief durch die Nase ein. Und durch deinen Mund wieder aus. Noch einmal tief durch die Nase einatmen. Und durch deinen Mund wieder ausatmen. Ein letztes Mal tief durch die Nase einatmen. Und die ganze Luft aus deinem Mund wieder ausatmen. Komme nun zu deinem natürlichen Atemfluss zurück. Atme ein und wieder aus. Nimm nun einmal deine Hände wahr. Wie fühlen sich deine Hände an? Liegen sie auf deinen Knien oder auf deinen Oberschenkeln auf? Und richte deine Aufmerksamkeit auf deine Fingerspitzen. Kannst du deine Fingerspitzen wahrnehmen? Welche Empfindungen spürst du hier? Und wander weiter mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Füßen. Spüre den Kontakt von deinen Füßen mit dem Boden. Lenke nun deine Aufmerksamkeit zu deiner Nase. Spüre deine Atmung an deiner Nasenspitze. Atme durch die Nase ein. Und durch die Nase wieder aus. Atme dabei ganz natürlich. Du musst hier nichts verändern. Ein und wieder aus. Beobachte einfach nur deine Atmung. Und wenn du merkst, dass deine Gedanken von deiner Atmung abdriften, dann ist das voll okay. Das ist ganz normal und ganz natürlich. Unser Geist mag es nicht, still zu sein. Er möchte arbeiten und sich mit der Zukunft oder der Vergangenheit beschäftigen. Und wenn du merkst, dass deine Aufmerksamkeit nicht mehr bei deiner Atmung ist, dann kannst du einen tiefen Atemzug nehmen und wieder zurück zu deiner Atmung finden. Einatmen und wieder ausatmen. Lege nun einmal deinen rechten Zeigefinger ganz sanft unter deine Nase. Kannst du den Luftstrom an deinem Zeigefinger spüren? Wie fühlt sich die Luft beim Ein- und Ausatmen an? Einatmen und wieder ausatmen. Ist die Luft eher kalt oder warm? Nimm einfach die Luft an deinem Zeigefinger unter deiner Nase wahr. Einatmen und wieder ausatmen. Einatmen und wieder ausatmen. Und stell dir nun einmal bildlich einen Fluss vor. Auf beiden Seiten des Flusses befindet sich jeweils eine Bank. Auf der einen Bank kannst du dir deinen Geist vorstellen und auf der anderen Seite sitzt dein Körper auf der Bank. Dein Körper und dein Geist sind durch den Fluss getrennt. Stell dir nun eine Brücke über den Fluss vor. Durch die Brücke kann dein Geist zu der anderen Seite zu deinem Körper gehen. Die Brücke verbindet den Körper mit dem Geist. Deine Atmung ist die Brücke über dem Fluss, die den Körper und den Geist miteinander verbindet. Atme ein und wieder ausatmen und wieder ausatmen. Durch die Atmung findest du tiefe Entspannung und innere Ruhe. Sage dir in Gedanken beim Einatmen das Wort ein und beim Ausatmen das Wort aus. Ein Aus Mit diesen beiden Wörtern kannst du aufmerksam bei deiner Atmung bleiben. Ein Aus Ein Aus Mache nun für den Rest der Meditation weiter und wiederhole beim Einatmen das Wort ein und beim Ausatmen das Wort aus. Ein Aus Eater Wenn aus Aus Wollt Un Bes Wollt Über Das war's. Wir kommen nun langsam zum Ende dieser Meditation. Wie fühlst du dich? Der Atem ist unser Anker, um im Hier und Jetzt anzukommen. Du kannst auch im Alltag immer wieder zu deinem Atem zurückkehren. Nimm noch einmal einen tiefen Atemzug und öffne ganz langsam mit dem Gong deine Augen. Schön, dass du dir Zeit für dich genommen hast. Wie fühlst du dich nach dieser Übung? Schreib es doch in die Kommentare unter diesem Video. Wenn dir die Meditation gut getan hat, dann lass doch einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal da. Bis zum nächsten Mal. Mögest du glücklich sein.